Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Avon Colony. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon kräftig angefangen, unsere Kolonie hier auszubauen im Tal des Todes. Wo wir uns hier befinden. Kein Witz, das ist hier so. Oh, hier ist Potrasche. Sehr geil. Wir befinden uns hier wirklich. Ziemlich karg das Ganze. Macht die Sache auch nicht besser. Wir müssen uns zusehen, dass wir hier nochmal ein bisschen diese restlichen Grünflächen hier erobern. Es wird tricky werden. Jetzt kriegen wir auch so langsam, aber sicher auch die ersten Stromprobleme. Und, ähm, Oh, hier ist auch noch was Grünes. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Wir sollten uns doch jetzt schon so langsamer Richtung Äh, Sorium machen. Weil es wird doch langsam unschön. So, hier scheint ja nun mal oft die Sonne. Also gibt's von mir aus jetzt Solaranlagen. Okay, we're the top. Ist ein bisschen tricky gerade die Situation, aber es kriegen wir in den Griff. Da hinten. Wir müssen zum Sorium. Äh, aber dafür brauchen wir wieder Zeugs. Und dafür brauchen wir auch Keiko. Strom ist noch etwas... Wackelig gerade. Ja, komm. Bau das nochmal mit aus. Dass wir das hier mal gerade im Griff kriegen. Sehr gut. Du wirst safe, du wirst safe. Wie sieht's mit dir aus? Du kannst noch. So. Zum Sorium. Hier entlang, bitte. Äh, Baudrohne. Sehr gut. Ja, das war klar. Keine Baudrohne in der... Äh, links. Äh, papapapapa. Wir brauchen eine Hoover Station. Schmuck, verbinden. So, mach mal da hin. Äh, da, 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 da. Nochmal eine Mine. Gleichstufe 3. Luft brauchen wir hinten auch. So. Jetzt. Haben wir dich ausgebaut? Fragezeichen? Ja. Okay, der hat das. Oh, die Sachen noch raus. Ist in Ordnung. Nur falls wir was finden sollten. Ähm... Wir brauchen jetzt... Äh, papapapa. Wo bist du denn? Wir brauchen... Wir brauchen... einen Generator. Und zwar Flotti. Ja, ist ja in Ordnung. Nicht genug Wohnungen. Schon wieder. Krise festgestellt. Natürlich. Wir arbeiten noch dran. Freunde. Wir brauchen noch mal ein bisschen Luft drumherum. Zack. Hol dir das. Ich bin dann Nieten. Splittersturm. Ei, 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 ei. 46 Nieten. Da brauchen wir noch was. Ärgerlich. Werde gleich mal... eine Anordnung geben. Drohnen, Autoreparatur. Frachtkapsel erworben. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir können unsere erste Mühle etc. pp. bauen. Die würde ich mir eigentlich jetzt hier hinbauen. Gleich aufpushen. Bauen wir gleich mal zwei von. Chemieanlage daneben. Äh, Luft. Komm, noch ein. Sehr gut. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier schnellstmöglich hier hinkommen. Damit wir dahin Gas geben können. Äh, ja. So. Das. Das. Und, äh, bapapapa. Ja, wir brauchen hier mal eine Verstärker-Ausgabe. Und hier nehmen wir noch ein Einzelhandelszentrum. Ich denke, du bist auf der Weg, um dieses Referendum zu gewinnen. Aber hier ist das Feedback, das ich von deinen Bürgern kompilele. Und ein Krankenhaus wird hier auch. Ach, solchen Sporen jetzt auch noch, ey. Ah, nicht gut. Von wo denn? Von da hinten, okay. Okay, von da hinten haben wir... Verteidigung müssten wir eigentlich haben, oder? Äh, okay. Theoretisch. Oh, die liegt mitten rein. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Ähm. Okay, Dekontaminierung. Ja. Alles top. Bau mal. So. Chemieanlage. Alter Verwalter, sag ich nur. Blitzturm. Wie sieht's aus? Hier hinten ist ein bisschen wenig. Hier ist... Gut. Da ist safe. Hier hinten ist nicht safe. Da, 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 da. Wo bist du? Äh... Ressourcen. Ich hätte gerne noch mal eine zweite Chemieanlage. Und wir fangen an. Produzier mal Mehl. Da ist nicht viel da. Müsli. Dafür brauchen wir Gerste. Und dafür brauchen wir wieder Mehl. Ah, das ist so... Ah, das ist so... Ähm... Wir haben... Mais... Nanomedikamente können wir herstellen. Du bleibst dabei. Das ist in Ordnung. Und du... Bleibst dabei. Okay, was haben wir jetzt wieder? Splittersturm? Okay. Dein Prozess ist satisfaktor. Ich bin autorisiert. Nehmen die Naniten, natürlich. Ähm... Lass erstmal gucken. Was brauchen wir denn jetzt mal wirklich am dringendsten? Was haben wir denn da? Das können wir nicht gebrauchen. Was wir brauchen ist jetzt hier... Alles andere. Äh... Wir gucken mal. Was haben wir denn da? Queen Noir. Können wir ordentlich bauen. Machen wir doch gleich mal die Queen Noir dahin. Und dann brauchen wir hier wieder eine Bau... Sache. Die haben wir auch noch nicht. Okay. Ich glaube, du bist auf der Weg, um dieses Rapparekau zu gewinnen. Aber hier ist das Ziel, das ich mir vorgegeben habe. Die Warrior hat mir gebraucht, um dir ein Spezialismus zu geben. Okay, ähm... So, hier ist nur eine Frachtkapsel, die da liegt. Das ist okay. Hm... Wir brauchen nochmal ein Gewächshaus. Was haben wir denn da? Queen Noir. Sonst würden wir uns totschmeißen. Jetzt viermal Queen Noir. Okay. Ja doch, wir sind doch schon dabei. So, komm. Lass laufen. Nur für den Fall der Fälle. Pushen. 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 Okay, hier sind wir in Ordnung. Wir holen uns mal das hier. Als nächstes... ...werden wir hier gleich mal... ...einen neuen Tower bauen. Hier gibt's jetzt Strom. Wird hier gleich mal was für die Luft getan. Für die allgemeine Sicherheit. Da unten. Und hier auch. So, ja. Splittersturm kommt. Das ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir wieder... ...erst mal so. Pa, 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 pa. Ähm... Wir brauchen nochmal... Hallo. Lagerung. Und zwar Flotti. Okay. Keine Ressourcen ausgewählt. Das ist schlecht. Du kannst doch... Hä? Du hast doch Müsl... Ach, Null Gerst. Super. Okay. Das ist schlecht. Das ist ja wirklich schlecht. Wie sieht's bei dir aus? Nanomedikamente. Das ist in Ordnung. Meis-Sirup. Dann bauen wir mal Limonade draus. Ja, komm. Ähm... Aufrüsten. Wir sind fertig. Das ist okay. Okay. Zusehen. Dass wir jetzt noch mehr Zeugs ran kriegen. Wir haben... Quinoa ist gut. Gerste ist schlecht. Ich nutze hier erstmal ordentlich Gerste. Ah, jetzt ist das wieder mit dem Baudrohnen. Ich... Grrrr. Ich hasse das mit dem Baudrohnen. Das ist einfach nur nervig. Finde ich. So, komm schon. So. Ähm... Brokkoli. Jetzt kommen die von da hinten. Das ist doch eine... Hühnerkacke vorm Herrn. Wir haben natürlich noch keine Abwehr. Gibt's aber jetzt. So, okay. Jetzt aber. Also. Brokkoli. Haben wir gut. Mais sieht schlecht aus. Können wir aber hier zur Not nochmal anbauen. Okay. So, kurzer Screenie. Wie es sich gehört. Belohnung. Well done. I'm pleased with the progress of your colony. Manuten. Okay. Fanatekacke. In Ordnung. Mais. Haben wir wirklich... Erbärmlich wenig. Tun wir jetzt mal was dagegen. Zack. Bauen wir mal hier drum herum. Warte. So. Und dann. Krümen wir uns hier noch einen... großen Tower hier. Strom sieht noch alles im grünen Bereich aus. Also Mais sollte jetzt richtig anlaufen. Gerste. Quinoa sowieso. Reis sieht gut aus. Minonen. Gerste. Jetzt sollten wir uns drum kümmern, dass wir hier mal ein bisschen anderes Zeugs noch ranklingen. Vor allen Dingen brauchen wir... Gentari. Kelko. Kelko ist auch wichtig. Das war jetzt nicht essbar. Aber ich hätte gern trotzdem vier Stück. Ähm. Xeno nehmen wir auch mit. Und jetzt geht das schon wieder los mit den Baudrohnen. Na gut. Kein Problem. So. Hier gibt es nochmal Police. Und jetzt wird es schon wieder knapp. Was die Lagerung angeht. Machen wir so. So. Jetzt gucken wir nochmal. Gleich geht es weiter. Wartet. Ach, du bist doch besoffen. Ganz ehrlich. So. Wir haben Xeno. Jetzt brauchen wir Quorysporen. Davon brauchen wir nämlich auch welche. Die sind hier ganz gut. Können wir noch was mitnehmen? Ja. Weitere Viererreihe. Hervorragend. Und jetzt haben wir Probleme, was... die Naniten angeht. Also laufen lassen. So. Tja. Und wie gesagt. Wie die nächste spannende Folge von Avon Colony weitergeht. Also fahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Auf jeden Fall von der Gaming.TV. Bye, bye. Auf jeden Fall von der Gaming.TV. 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 Vielen Dank.